Bevor Sie die Software installieren können, benötigen Sie die Installationsdatei. Diese Datei können Sie ganz einfach herunterladen. Einen Download-Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Ist der Download fertig, öffnen Sie die Datei ganz einfach per Doppelklick. Und schon wird die Installation gestartet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine kostenlose Testversion. Einen Download-Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung finden Sie auch einen Rabatt-Link. Weitere Infos, Downloads und Sonderaktionen finden Sie auf exodia-software.com